Seit Jahren ist Felbermayr in beiden Bereichen Transport- und Hebetechnik als Komplettanbieter am Markt erfolgreich positioniert. Im Transportbereich sind die Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasser vollständig in die Dienstleistungspalette integriert. Wir bieten wirtschaftlichste Logistik aus einer Hand. Was in den 70er Jahren mit ersten Schwer- und Sondertransporten begann, ist heute aus der Welt der Industrie nicht mehr wegzudenken. Vom Transformator bis zur Chemiekolonne, von der Lokomotive bis zur größten Kraftwerkskomponente – uns ist nichts zu schwer. Felbermayr hat bis heute in ganz Europa Straßentransporte mit Stückgewichten von bis zu 1000 Tonnen und Gesamttransportabmessungen von 130 Metern Länge und 10 Metern Breite realisiert. Mit einem sogenannten Self-Propelled Modular Transporter, kurz SBMT genannt, werden auch schwierigste Lichtraumprofile und höchste Steigungen mühelos gemeistert. 952 PS – unterstützt von bis zu 80 Achsen – garantieren die nötige Traktion. Der Bereich ITB – Internationale Tieflader Bahntransporte – ist auf Schienen-Sondertransporte spezialisiert. Seit dem Start dieser Dienstleistung im Jahr 1994 verwirklichten wir einen wesentlichen Meilenstein auf dem Weg zum Spezialdienstleister für die Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasser. Für den Verkehrsträger Schiene verfügen wir heute über ein vielseitiges und flexibles Hochleistungsschienen-Equipment mit Spezialwaggons von 6 bis 32 Achsen und Tragfähigkeiten von bis zu 500 Tonnen. Die modularartige Bauweise unserer Waggons garantiert größtmögliche Flexibilität im praktischen Einsatz. Zum kompletten Felbermaier-Spezialtransportangebot zählt neben Straße und Schiene auch der Verkehrsweg Wasser. Damit kompletieren wir die gesamte Klaviatur in Sachen Sonder- und Schwertransporte. In Verbindung und im Zusammenspiel des Verkehrsträgers Wasser mit dem leistungsfähigen Spezialequipment für Straße und Schiene realisieren wir wirtschaftliche Roh-Roh-Lösungen mit höchsten Transportgewichten und Abmessungen. Mit unserem Schwerlasthafen in Linz-Oberösterreich ist die Donau als einer der wichtigsten Binnenwasserwege Europas voll in unsere Transportlogistik integriert. Neben dem Verkehrsweg Wasser verfügt er auch über eine Gleis- und Straßenanbindung. Ein Hafenbecken mit einer Länge von über 100 Metern und einer Breite von 17 Metern. Nimmt auch die größten auf der Donau eingesetzten Schwerlastschiffe auf. Für den Umschlag stehen zwei Portalkräne mit Traglasten von 200 und 400 Tonnen zur Verfügung. In Kombination der beiden können somit Lasten von bis zu 600 Tonnen umgeschlagen werden. Darüber hinaus sind wir auch im Rheinhafen Krefeld als Full-Service-Dienstleister im Sinne von Transport, Umschlag und Lagerei tätig. Als Betreiber des Schwergutzentrums im Alberner Hafen ermöglichen wir auch in Wien trimodale Umschläge. Damit schaffen wir eine wesentliche Voraussetzung für die effiziente Nutzung der Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasser. Herzlichen Dank. Vielen Dank.